und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video nach langer zeit mal wieder heute zu relativ aktuellen thema und zwar werde ich heute mal mit euch über das thema sun of kong sprechen und ich weiß ich weiß ich weiß dann auch kong ist noch nicht mal bestätigt worden tatsächlich wurde der wunsch nur vom regisseur von godzilla versus kong geäußerten einfach mal so ein namen reingeworfen und ich bin gerade mal so ein bisschen mit euch darüber reden war meine eigene theorie euch so ein bisschen erläutern worum es denn da gehen könnte jetzt werdet ihr euch vielleicht denken das schwätzen der jetzt da ist doch wohl vollkommen klar worum es da geht hier wird eine generation übergeben der film heißt schließlich sun of kong also sohn von kong ich habe mir jetzt hier ein paar gedanken dazu gemacht und möchte einfach jetzt mal anfangen haben schon die erste theorie so in den raum zu schmeißen für den fall dass wir eben wirklich den film sun of kong bekommen werden und zwar geht es eben hierbei um die story gleichermaßen werde ich jetzt hier diese story in den raum schmeißen und danach jedoch erklären was dafür spricht aber auch was dagegen spricht ja ich werde meiner eigenen theorie so ein bisschen widersprechen einfach weil die theorie mehr so ein wunschdenken ist was vielleicht gar nicht so wirklich in dieses aktuelle monster was reinpasst aus bestimmten gründen und folgendes habe ich mir überlegt viele hängen sich eben am titel auf sun of kong macht ja nur sinn dass der kong den wir eben kennen jetzt quasi nachwuchs bekommt wie auch immer das vonstatten gehen soll daher anscheinend der einzige kong ist der noch am leben ist und das dann eben ja quasi eine eine generation weitergegeben wird eben an den sohn von kong ich bin der meinung das könnte auch ganz anders laufen denn wir müssen das folgendermaßen betrachten wir haben als großen überbegriff haben wir die die spezies die spezies ist der kaiju so ich glaube da sind wir uns schon mal einig das ist so und dann haben wir jetzt schon mal zwei unterschiedliche rassen wir kennen eigentlich schon mehr aber zwei die zwei prägnantesten rassen sind ganz einfach die rasse godzilla und die rasse kong das heißt der namen ist dann auf kong kann sich auch theoretisch einfach auf den uns bekannten kong beziehen das heißt in meiner theorie springen wir in einem möglichen sun of kong noch viel weiter in die vergangenheit zurück als es sogar kong skull island gemacht hat nämlich in den krieg der kaijus und sehen link der kaijus ganz einfach aus der sicht der eltern unseres kongs somit ist der titel sun of kong auf den kong gemünzt den wir bereits kennen das heißt unser kong ist der sun of kong ich hoffe ihr versteht wie ich das ganze meine das ganze ist eben dann sehr nach der rasse kong bezogen ja kong ist nämlich nicht klar definiert dass es nur unseren einen kong gibt für diese theorie würde zum einen eben dann schon mal sprechen dass kong sich nur sehr schwer fortpflanzen kann wenn er der einzige seiner art ist das könnte man natürlich auch irgendwie drehen dass dann noch ein weiblicher kong auftauchen würde das wäre gar nicht so schwer das irgendwie so darzustellen dass in der hollow earth sich vielleicht auch noch mehr kongs befinden allerdings blenden wir das einfach erstmal aus und sagen moment uns wurde erklärt das sind die letzten ihrer art wenn sie bei dieser aussage bleiben und sie nicht einfach wahllos verwerfen werden ist es eben auch so das heißt wir haben gar nicht die chance dass unser kong sich irgendwie fortpflanzen könnte das heißt wir gehen jetzt erstmal auf meine theorie ein wir springen in der zeit noch weiter zurück wir springen sogar an skull island vorbei und landen zigtausend jahre von mir aus in der vergangenheit vielleicht zu einer zeit wo sogar die dinosaurier noch auf der erde gelebt haben und zu dieser zeit hat im inneren der erde in der hollow earth ein riesiger krieg gewütet zwischen den kongs zwischen den godzillas auf jeden fall und vielleicht auch noch zwischen anderen kaiju arten und dieser krieg ist letztendlich dafür zuständig dass die dinosaurier aussterben weil der krieg irgendwann an die oberfläche gerät und an der oberfläche werden dann eben auch die oberflächenbewohner eben die dinosaurier in mitleidenschaft gezogen das heißt wir hätten hier eine geschichte schon mal wie die saurier aussterben würden das eben nur so nebenbei dass wir eine so meiner kleinen theorien ja des weiteren wäre es eben einfach dieser krieg und ich sage ganz ehrlich dass ich der meinung bin dass dieses kriegsszenario sollte das monster wird jetzt noch irgendeinen richtig großen erfolg starten der pandemann hat ja mal ein paar zahlen genannt video verlinke ich hier oben auf jeden fall reinschauen lohnt sich ist super informativ dass die einspielzahlen der einzelnen filme ja noch nicht so dafür sprechen dass es sich wirklich lohnen würde für warner brothers das monster unbedingt vorzusetzen allerdings gehen wir mal davon aus dass sie es wirklich machen würden ich glaube früher oder später würden wir auf jeden fall einen film bekommen der in dem bereits angeteassten krieg der gaijus spielt ich glaube da kommen wir gar nicht dran vorbei also warum dann auch nicht die geschichte von kong's eltern nehmen weil auch hier haben wir schon in kong skull island bestimmte teaser bekommen wo es eben hieß ja der kong's familie wurde von den skullcrawlern getötet aber den kontext dahinter kennen wir nicht das heißt warum ist das heißt man könnte doch die story so formen dass kong's eltern im krieg der kaijus möglicherweise von den skullcrawlern getötet wird da müsste man eben auf die zeitliche kontinuität dann schon aufpassen kontinuität kontinuität ja müsste man dann irgendwie schon achten wenn das nicht hinhauen würde könnte man eben noch einfach sagen okay das ganze spiel dann eben auch noch nach dem krieg das heißt wir erleben den krieg hautnah mit der ist dann irgendwann zu ende und dann sieht man wie die eltern sich in skull island quasi wohl fühlen und dann aber leider sterben das wäre eine richtige tragödie in einem kriegsszenario was hierbei eben schwer wäre umzusetzen dass wir eben einen krieg von kaijus hätten das bedeutet wir hätten keine einzige figur die mit uns menschlich agieren würde ich meine reden also wir hätten einfach keinen dialog in dem film das wäre natürlich schon ein ausschlusskriterium es sei denn werden regisseur der sich wirklich auch trauen würde das zu machen der sagen würde das kann funktionieren möglicherweise könnte der film auch quasi eine stimme aus dem off haben von einem professor einen doktor der die geschichte analysiert hat vielleicht auch einfach irgendwie dass die kleine aus kongskull island eine geschichte aufschreibt die kong ihr erzählt hat die kong aus der hollow earth erfahren hat und dann gibt die kleine das eben an einen professor weiter und er ließ das ganze eben dann vor und während er es vorliest sehen wir eben den krieg so könnte man das natürlich auch lösen so jetzt kommen wir erst mal dazu warum es den sinn machen würde genau diesen ansatz wahrzunehmen und san of kong genau diese geschichte zu verpassen wir haben jeglichen details angeteast bekommen die genau darauf abzielen könnten das würde einfach sinn machen diesen film herauszubringen weil man eben angedeutet hat ok kongs eltern sind tot das hat man eben schon mitbekommen das heißt dieses dieses stück geschichte haben wir eben schon das heißt es ist ein teil eines eines moviepitchs den wir wirklich schon präsent haben dazu wissen wir aus kong skala aus gotzilla versus kong dass gotzilla und kong die beiden letzten überlebenden eines krieges sind und das ist finde ich ein riesen häppchen der uns einfach nur vorgeworfen wurde aus dem nichts gemacht wurde wir sehen auch noch einzelne details in der hollow earth die ich jetzt nicht unbedingt spoilern will für die die gottseller versus kong noch nicht gesehen haben die aber auch total interessant sind und sie werden einfach so nebenbei weggearbeitet und darauf einzugehen und da müsste man einfach wesentlich mehr machen deswegen bin ich der meinung der film in dem wir diesen kaiju krieg beobachten können der muss kommen der wird kommen und unter dem titel son of kong würde er auch irgendwie sinn ergeben bin ich tatsächlich der meinung dass der film eben so enden könnte dass die kong familie es irgendwie doch schafft aus der hollow earth zu flüchten sie entkommen dem untergang der dinosaurier der apokalyptisch auf der erde ist und kommen irgendwie nach skall islands und decken dann da sie kommen sie sind in frieden in sicherheit bekommen dann eben ihr kind den son of kong und kong und dann passiert eben dann die große tragödie und naja kongs eltern sterben die geschichte wäre einfach wirklich dramatisch und ich bin der meinung dass kong tatsächlich obwohl ich immer noch team gotzilla bin wesentlich interessante ansätze für eine background story hat als gotzilla und ich finde die müsste man einfach mal erzählen weil ich mein durch seine ganze mimik durch seine ganze durch die gesamte gestik hat kong irgendwas menschliches klar er ist halt ein riesenaffe und das kann man verdammt gut rüberbringen dass diese kreatur einfach eine verdammt tragische geschichte hat und ich will die aus irgendeinem grund sehen warum ich jetzt aber der meinung bin dass das nicht passieren wird ist ganz einfach der fakt dass wir gotzilla seit 2000 seit seit dass wir gotzilla seit 2014 in der gegenwart haben kong haben wir eben erst in der vergangenheit gehabt und dann hat er seinen zweiten film in unserer gegenwart bekommen eben in gotzilla versus kong ich weiß nicht ob es story technisch technisch so rum so schlau wäre jetzt wieder komplett in die vergangenheit zurück zu springen gerade jetzt wo wir eben kong haben in der in der in der gegenwart und ich bin der meinung ich würde es gerne sehen aber vielleicht unter einem anderen ansatz sich auf der anderen seite sage ich aber auch ich hätte es einfach nicht gerne dass kong jetzt schon sein sein seine staffel weiter gibt und ja dass wir jetzt eben einfach dann den sun of kong und sun of godzilla bekommen das ist einfach noch viel zu früh weswegen ich auch denke dass der name sun of kong vielleicht irgendwann viel später auftreten wird und noch nicht jetzt ich hatte noch irgendeine andere begründung warum ich nicht glaube dass das passiert genau wir haben nämlich noch eine serie die wir auf jeden fall bekommen werden das ist die serie skall island wichtig hierbei ist natürlich die serie heißt nur skall island sie heißt nicht kong skall island das bedeutet diese serie müsste sich nicht mal unbedingt um kong drehen und da habe ich mir jetzt gedacht was ist denn wenn diese animations serie uns den krieg vor augen führt so warum würde die dann aber eben skall island heißen weil skall island etwas sein wird wie die oase der hoffen mehr dieser dieser friedensplatz aus disney's dinosaurier dieser eine ort an dem alles sicher ist die serie könnte sich tatsächlich um einen kaiju krieg handeln der der letztendlich naja damit endet dass die familie kong auf skall island landet deswegen heißt der film skall island die kommen dann eben da an und dort bekommen sie eben dann ein kind son of kong dann könnte son of kong quasi diese geschichte aufnehmen und könnte uns als nächsten film den zeitsprung bringen zwischen kong skall island und der gegenwart von 2014 ich hoffe ihr wisst wie ich das meine quasi dass wir mit der serie skall island eine extreme vorgeschichte haben daran knüpft dann quasi kong skall island an danach knüpft dann irgendwie die son of kong an wenn er so heißen sollte und erzählt uns dann die geschichte von kong skall island bis 2014 und dann hätten wir wirklich eine geschichte bis hin zu Godzilla vs kong die durch die bank weg durch erzählt worden wäre diese zwei filme fehlen uns auf jeden fall noch uns fehlt noch ein film in dem wir den krieg mit den kaitos erklärt bekommen und eben die zeitspanne von kong ich weiß gar nicht was für ein jahr es war ich werde es hier mal einblenden bis eben 2014 was ich allerdings glaube ist tatsächlich dass der titel son of kong noch geändert wird dass der nächste kong film tatsächlich in der zukunft spielt also in unserer gegenwart spätere zukunft ist echt kompliziert und dass wir mit der serie skall island wahrscheinlich die lücke geschlossen bekommen die kong und gotzilla aus 2014 so zeitlich voneinander trennt ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt und ihr wisst wie ich das meine ihr könnt ja mal einfach eure theorien reinschreiben glaubt ihr son of kong wird realisiert glaubt ihr es wird eher eine 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 generationsübergabe oder glaubt ihr wirklich es könnte sein dass mit son of kong unser kong gemeint ist dass er eben vielleicht kommt auch noch ein titel der noch verändert wird wie the last son of kong oder irgendwas dass kong der letzte sohn seines vaters ist dass er überlebt irgend so was könnte man natürlich machen und mir sind diese ideen einfach gekommen und ich habe mir dann einfach nur gedacht da ist noch so viel potenzial in diesem monster verse da ist noch alleine in kong so viele ideen die man umsetzen könnte in irgendeine bestimmte richtung und ich bin der meinung dass wir auch von gotzilla vielleicht noch andere geschichten erzählen können gotzilla ist mir leider die vorgeschichte relativ bums ich habe auch nicht mitbekommen dass er da irgendwie groß gelitten hat oder sowas deswegen bin ich der meinung wenn es eine kriegs ein kriegsszenario geben sollte in einem film in einer serie macht es irgendwie schon sinn das aus der sicht der kongs zu zeigen schreibt mir mal in die kommentare wie ihr das seht habt ihr irgendwelche theorien zu son of kong glaubt ihr der film kommt glaubt der film hat wirklich auch den namen son of kong und worum könnte es da gehen und schreibt mir auf jeden fall mal in die kommentare rein ganz richtig was haltet ihr von einem film oder einer serie über den großen krieg der kaijos ich denke mal dass wir uns alle einig das wollen wir sehen so mit diesen abschließenden worten verabschiede ich mich und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten video bis dann tschau